Hallo, hier ist die Erika Arnold live aus dem Villa Hühnerbund in Mänziken. Ich habe hier einen wunderschönen Brief von Brigitte Marty Bernet bekommen. So schön war es, ich habe mich fast nicht getraut aufzutun. Ich habe es jetzt aber gleich gemacht. Drinnen war ein Bräuel-Potz-Tuch, den kann ich natürlich immer brauchen. Ich habe eine kleine alte Schachtel. Und Brigitte schreibt mir hier, liebe Erika, deine CDs sind super. Grosses Kompliment. Ja, sie hat sie natürlich gekauft, darum weiss ich das. Ja, und natürlich begleitet von einem lieben Gruß aus dem Wattland. Sie wünscht sich einen Song von Bonnie Tyler. Mache ich sehr gerne für dich, Brigitte und für alle anderen in Dussanal. Es geht gar nicht schlecht mit meinem Finger nach der Operation, das kommt gut. Also bedeutend besser als noch gestern. Ich mache es jetzt aber hier mit meiner Band, It's a Hard Egg. Viel für genügen. Ich gehe jetzt gar nicht weiter. udesith decorative-ul 옷en zu innen. Ich gehe jetzt drei. Ich gehe jetzt nach wie Ara muss gehen und geional werden. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018